Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr in einem Satz die verschiedenen Satzglieder bestimmt. Wir haben schon mal einen Beispielsatz hier stehen. Ich werfe den Ball. Hier möchten wir als erstes das Subjekt finden. Nach dem Subjekt fragen wir immer mit, wer handelt oder was handelt. Also hier, wer wirft den Ball oder was wirft den Ball. Ich werfe den Ball, also ist das Ich das Subjekt in unserem Satz. Und wir fragen mit, wer oder was. Als zweites fragen wir jetzt nach dem Prädikat. Nach dem Prädikat fragen wir immer mit, was tut das Subjekt? Was tue ich? Ich werfe den Ball. Werfe ist also hier unser Prädikat. Und wir fragen mit, was tut das Subjekt? Jetzt fehlt uns nur noch das Satzglied den Ball. Und nach dem fragen wir, mit, wen werfe ich? Die Frage, wen, stellen wir immer bei einem Akkusativobjekt. Wir fragen also mit, wen? Den Ball ist also unser Akkusativobjekt. Es gibt auch noch verschiedene andere Objekte, und zwar das Dativobjekt und auch das Genitivobjekt. Wie genau ihr die verschiedenen Objektarten bestimmt, findet ihr in einem weiteren Text mit dazugehörigem Video von uns. Unten findet ihr den Link dazu. Das hier ist also die einfache Art, die Satzglieder eines Satzes zu bestimmen. Du findest weitere Beispiele in unserem Text. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. emen. Tschüss.